so hallo und herzlich willkommen zurück zu borderlands 3 um mir fällt gerade auf dass wir eine uhr haben es ist 17 Uhr Uhr 18 19 20 um genau wir sollen also goldene Schenkel können wir jetzt abgeben aber ich will lieber schlechten Empfang machen da warte oder warte goldene Schenkel finde den warte wo ist das wo ist das ist das auf dieser Karte ja auch da drüben okay hier ist glaube ich nur die Antenne ups die da hier okay gut dann werde ich mir mal ein Auto holen oder auch nicht ne das sind nur zu nur zwei kleine da aber nicht so als er hätte das er wegetan Ui 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 U Ui 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 U dann fahr ich mal warte ich bin so gespannt auf die anderen planeten wie das wie das wird dazu müssen wir ja erst mal unser neues schiff bauen und da sehen wir noch ein paar andere leute von uns im Mai wohin und jetzt habe ich die Antenne vergessen na finde den bixen schlechter Empfang ja dann da mache ich ja mal den schlechten Empfang ähm genau ey, 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 nicht nett ja, wo ist der? da oben dann sagen wir mal da hallo so ey, ey, ey,说 Ich werde die Familie leben können! Hey! Oh! So are we going? Oh nein, das war... Scheiße. Scheiße, Scheiße. Gibt es hier noch einen? Ah, das war die falsche Taste. Äh, achso. Rauswerfen. Gut. Ja, das... das war... nicht ganz so viel. Geil, jetzt kommt der, ne? Geil. Geil. Ja. 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 Da unten? Da unten? Hey! Ich wette da drinnen ist etwas, das wir gebrauchen können! Zieh mal nach! Hier drinnen klickst du mich hin, Kammerdienst! Du musst irgendwie unter dieses Ding kommen! Ha! Hast du Führigkeiten? Hi! Ha! Hast du mein Lieblingsgeworden? Ach, zum ewigem Schrott! Bitte fach! Hm, lecker! Gut! Dann... ...web ich mal wieder mein Auto... So! Äh, und jetzt wo geht's jetzt hin? Hier hin! Wo geht's hin? Wo geht's hin? Wo geht's hin? Wo geht's hin? Das war's schon? Hm... Upsi... Ich spüre, wie die Gedankenkontrolle nachlässt! Und jetzt? Nochmal? Ah! Gibt's noch einen da? Na dann! Gib mir den Hut! Ja! Frei von diesen schrecklichen, beruhigenden Stimmen! Endlich kann ich das Hauttärtchen sein! Das Hauttörtchen... Okay! Er ist gut! Hol dir jetzt diesen Hut! Schick! Mit dem Hut wäre ich in aller Munde! Dann könnten die schnöseligen Aristokraten mich nicht mehr von ihren feinen Galas verbannen! Okay! So! Welche kommt jetzt? Welche... Welche Hut... Dings... Ah! Falsch Richtung! Cool! Hi! Mach die Sterne! So die Kalipskron! Auf! Ja! Ach ja! Merk! Das ist ein Schmerz! Komm her! Und... Dabschritte! Ja weil... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020